DreamBuddy ASMR Hey, hier ist DreamBuddy ASMR Schön, dass ihr wieder dabei seid. Super cool. Ich hoffe, dass es euch richtig gut geht. Falls du noch nicht abonniert hast, aber gerne möchtest, ich lade dich jetzt hiermit herzlich zu ein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bist du mit in meiner Crew und verpasst kein Video? Ja, schreib mir auch was Schönes oder lass mir einen Daumen da. Up to you. Ja, und heute mache ich einen kleinen Mix. Ich probiere mich einfach so ein bisschen aus. Es gibt so ein paar verschiedene Trigger. Und Jason Lee Talk. Der Gruß geht an dich. Heute gibt es auch so ein bisschen Personal Attention. Personal Attention. Da bin ich noch nicht so ganz gut drin, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht so oft gemacht. Lassen wir uns überraschen. Na ja, dann starten wir einfach mal mit so ein bisschen Brushing. Brushing. Ja, und dabei rede ich genau mit dir. Dir. Ja. Ja. Du bist nämlich hier genau richtig gelandet. Bei mir. Hörst du nicht bereuen. Ja. Du bist echt eine klasse Person. Ich bin froh, dich dabei zu haben. Geht's dir denn auch gut? Ja. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ja, ich kenne das auch. Manchmal sind einfach andere ziemlich Ärsche. Ja. Ja. Darf man alles nicht so persönlich nehmen. Ja. Du bist auch immer total klasse. Ja. Solange du dein Bestes gegeben hast, brauchst du dir ja keine Sorgen machen, oder? Ja. Die anderen sollen schön vor ihrem eigenen Beruf gehen. War denn jemand gemeint zu dir? Echt? Okay. Ja, erzähl mal. Klingt ja nicht so berauschend. Naja, aber du kannst dich ja von der Person distanzieren, oder? Da gibt's doch den Spruch, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Häng mich mit Leuten ab, die dir mich gut tun. Ja, manchmal kannst du dir ja nichts gegen machen. Ja. Es reicht schon, wenn man da ist. Es ist wie ein Unfall, in den man reinsteuert. Man schaut zu und kann nicht bremsen. Oder beziehungsweise man kann einfach nichts gegen tun. Sein Selbstläufer. Ja. Aber dann wollen die anderen es doch auch gar nicht anders. Ja. Echt? Hat's dich so verletzt? Scheiße. Kannst du die Person gut? Okay. Ja, das macht's natürlich ein bisschen kompliziert. Aber schau mir jetzt das Tag hierherum. Okay. Morgens noch ein Tag. Mal sehen, was er dir bringt. Tipps. 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 Naja, ich hab auf jeden Fall gehofft, dass du jetzt mit dabei bist. Ja. Dass du mich besuchst. Ja. Hat ja geklappt. Okay. Ja. Was sagen denn deine Freunde dazu? Okay. Und willst du weitermachen? Ja. Ja. Ja, ich verstehe. Ja. Naja, es ist wie es ist. Ja. 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 Manchmal muss man einfach nur durchhalten. Personen ändern sich ja auch. Vielleicht hatte die Person einfach einen schlechten Tag. Okay. Ihr eckt öfter an. Es ist schwierig, sich da aus dem Weg zu gehen, oder? Ja. Probier's doch mal. Würde dir sicher gut tun. Ja, du kannst mich jederzeit besuchen, klar. Ja. Ja. Und einfach so ein bisschen abschalten, ne? Bringt ja gar nicht sicher, immer den Kopf zu zerbrechen. Da hast du nichts von. Ne, stimmt. Ich sag einfach, wie es ist. Es gibt manche, die sind so fies. Aber die meisten sind doch ganz nett, oder? Ja. Ja. Ja, klar, natürlich. Da ist jetzt kein Bock mehr auf niemanden. Aber schön, dass du dann Lust hast, jetzt mich zu besuchen, ja. Und dich in deinem Schneckenhäuschen vergräbst. Was magst du denn heute noch machen? Ja. Ja, das klingt gut. Ja. Würde ich auch so machen. Einfach die Füße hochlegen. Und auch einfach mal alles auf sich zukommen lassen, hier. Man muss nicht immer alles planen. Ja, finde ich auch sehr nett mit dir, gell? Ja. Ja. Veg, 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 Veg. So. Das ist deine Pemuśle. Ja. Ah, der ist süpsch, ja. Der schnurrt auch wie ein Kätzchen. Hast du vielleicht langsam die Decke auf dem Kopf? Wieso denn? Ja, mir geht das auch total auf den Geist. Aber irgendwann mal hat man seine Freiheiten doch wieder. Es ist wie es ist, muss man das Beste draus machen. Kopf hoch. Und sonst so? Wie läuft's in der Liebe? Ah, okay. Ja, das klingt doch ganz gut. Klingt sehr vielversprechend. Freut mich für dich, ja. Und darf niemals die Hoffnung aufgeben und sie ihr Darm. Das ist nicht ganz schön. Ich schalische Jesse. Wenn die Zeit schon weiß, bitte nicht. Ich schalte das Beste. Jetzt ist es nicht so gut. Ich schalte das Beste. Ja, Ach, warum nicht? Ja, klar. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Hast du heute schon was gegessen? Ja, sehr gut. Was denn? Oh, sau lecker. Ja, habe ich auch schon mal gegessen. Die schmeckt echt gut. Ja, manchmal sind es die einfachen Dinge, gell? Man muss gar nicht so komplizierte Zeuge kochen. Ah, meine Füße schlafen ein. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, ich verstehe. Ja. Bist doch echt hübsch. Ja, natürlich. Was? Die sagen was anderes. Aber das passt doch wieder. Das ist doch total typisch. Ja. Gibt darauf nichts, nee. Totaler Quatsch. Also, ich denke, du weißt, dass du gut aussiehst, oder? Ja. Ja, klar. Man muss ja nicht jedermanns Typ sein, nee. Ja, so ein bisschen Charakter im Gesicht. Das schadet eigentlich nicht. Nee, da hat man Wiedererkennungswert. Man sieht mich einfach nur lautwurzeln wie alle anderen aus. Ja. Also, es gibt so Leute, an die erinnert man sich nicht, weil die einfach, ja, so Stereotypen sind. Sagt man das so? Stereotypen. Ja. Dann lieber irgendwie, ja, ein bisschen noch rausstechen, mehr von meinem Gesicht haben. Und ein Lächeln. Ein Lächeln bringt auch ganz viel. Ja. Ja. Ja, ich finde das schön, dass du die da nicht unterkriegen lässt und irgend so einen Quatsch einimpfen lässt. Hast du mal ein Foto von der Person, oder so, die das gesagt hat? Okay, zeig mal. War ja klar. Also, ich glaube, sie will dich schlecht machen, damit sie sich besser fühlt. Ja. Die Person hat es echt faustdick hinter den Ohren. Das sind gefährliche Leute. Von denen würde ich mich fernhalten. Ja. Das ist nämlich eine echt schlechte Eigenschaft. Um auf dem Elend anderer auszuruhen. Ach. Traurig, sowas. Guck mal, das tut doch viel mehr Charakter. Siehst gut aus. Bist total nett. Bemüht. Ja. Und meinst du es einfach gut? Und was hat die Person? Spuckt, gibt und geile um sich herum. Um sich besser zu fühlen. spuckt, oder? Ja. Puppt, tp, 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 tp. Ich hatte echt schon Angst, dass du hier vorbeikommst und ich nichts für dich tun konnte. Weil letztendlich musst du da ja alleine durch. Ich kann dich nur versuchen, ein bisschen aufzubauen und aufzumunter, Mensch. Ja, ich hab dich auf jeden Fall auch voll gern. Und wenn du dann später schläfst bzw. einschlafen willst, versuch doch einfach an nichts zu denken. Ja, hör dir am besten irgendwie was an, was dir gut gefällt. Vielleicht irgendwie Märchen oder so. Ja, da kann man immer gut abschalten. Abschalten, abschalten. Und du wirst sehen, morgens wieder ein neuer Tag. Aber es gibt bestimmt auch ein paar andere, die auch dasselbe durchmachen wie du. Es ist immer besser, drüber zu reden, als alles in sich reinzufressen. Okay, ja, ich fand's auch voll schön. Ich komm jederzeit wieder vorbei. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, super prima. Okay. Na dann. Ja, peace. Ciao.